Musik Wir sind diese Woche im Südosten von München, in der Gemeinde Assling. Assling wurde 778 das erste Mal in einer Urkunde erwähnt. Heute leben in der Gemeinde ca. 4.500 Einwohner. Mit dem Zug Richtung Rosenheim sind Sie in einer halben Stunde am Bahnhof Assling. Heute sehen Sie eine Zusammenfassung der Beiträge aus Assling. Jeden Beitrag können Sie in voller Länge in unserer Mediathek finden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind diese Woche in Assling unterwegs. Und ich habe jetzt hier einen Profi an meiner Seite, den Historiker und Kreisheimatpfleger, den Thomas. Servus. Richtig, Servus. Und wieso hast du uns jetzt hierher gebracht an diesen Ort? Wir sind jetzt hier ungefähr zwei, drei Kilometer von Assling entfernt und das ist Holzen. Eigentlich, wenigstens wenn wir schriftliche Quellen angehen, die Wiege von Assling. Denn im Jahre 765, da wurden hier von den Grundherren Schenkungen an das Kloster Freising gemacht. Für sein eigenes Seelenheil hat der edle Po a Po hier das Land seiner Eltern ans Kloster geschenkt. Der edle Po a Po? Richtig. Aha, wer war das? Po a Po war ein Grundherr, der also viele Güter hatte. Nicht nur hier bei uns, im Zirl Innsbruck hat ihm auch gehört. Aber Holzen hier auch, genau. Ah, und der hat es dann an die Kirche verschenkt. An das Kloster in Freising, denn das Christentum war damals noch gar nicht so etabliert. Es war ja so, natürlich waren die Römer schon Christen seit Konstantin und die Franken seit Klotwig. Aber man weiß ja nie genau, wenn man hier sich das mit den anderen Göttern nicht verscherzen will, dann tut man sie vielleicht hier auch anbeten. Das war der Kirche nicht recht. Und deshalb hat man hier die Schenkungen entgegengenommen. Tatsächlich war das eine der ersten Schenkungen. Und deshalb wissen wir hier... Der ersten Schenkungen in ganz Bayern oder wie? Ja, an das Kloster in Freising, in unserem Raum, allemal. Ja. Und vom Ursprungsort Aßlings geht es jetzt rüber nach Niklasreuth. Zu einem jungen Mann, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Bravo. Servus, Gwilin. Du kannst nicht nur zirr spielen, sondern auch bauen. Stimmt das? Wie ist es dazu gekommen? Nein, ich habe mir schon eine bestimmte Vorstellung von der Zürich gehabt und habe das selber gesucht und nie so recht gefunden. Und bin dann eigentlich auf die Idee gekommen, es wird nicht helfen, ich muss die einfach selber bauen, weil sonst kriege ich nie das, was ich an mich. Du hast dir einfach zugetraut, dass du das selber bauen kannst. Das finde ich... Aber du bist gelernt, was bist du? Ich bin Schreinermeister. Schreinermeister, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Genau, also was das Gehäuse betrifft, das habe ich schon herausgehabt. Meilen und Rest muss man sich jetzt einfach auszusehen. Auseinander bauen und schauen, wie es funktioniert, oder wie? Genau. Nicht bloß nachbauen, sondern auch eigene Sachen einfallen lassen. Nächtelang bin ich da gehockt und haben mir Sachen ausgedacht und ausprobiert, weil du hast viel Materialien, wo ich eigentlich nichts davon verstehe als Schreiner. Da sind Metallsachen drin, bei den Mechaniken, die ganze Stimmerei und so weiter. Also da habe ich mich viel damit befasst. Und Gott sei Dank auch das Meistl, dass ich sehr gute Mitarbeiter habe. Wie lange gibt es das jetzt hier schon, dass du die Zirch bauen kannst? Meine eigene Zirch habe ich jetzt seit acht Jahren. Seit acht Jahren. Und jetzt hast du hier deinen eigenen Laden und schon eine eigene Manufaktur aufgebaut, oder wie? Richtig, genau. Und die musst du uns jetzt zeigen? Die zeige ich, ja genau. Von der Auswahl des eigenen Holzes, der individuellen Bemalung bis zur eigenen Anordnung der Mechanik. Hier bei Quirin scheint alles möglich zu sein. Auch diesen Beitrag können Sie in voller Länge in unserer Mediathek finden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit zwei großartigen Attraktionen in Asslingen. Wir sind in der Gemeinde Assling. Und dieser Trommelwirbel führt uns direkt hierhin. Guten Tag, ich bin die Zirkusdirektorin des weltbekannten Asslinger Mädchenzirkus. Und ich möchte Ihnen heute unser jüngstes Zirkusmitglied vorstellen. Bimbo den Elefanten. Aber jetzt kommt Bimbo, unser jüngster Zirkuselefant. Aber jetzt kommt Bimbo, unser jüngster Zirkuselefant. Jetzt wollen wir natürlich mehr darüber wissen und fragen Leiterin Anni Schmidtke, seit wie vielen Jahren es diesen Mädchenzirkus schon gibt. Seit 45 Jahren, also 1975, vom Pfarrer Ederer gegründet worden. Von einem Pfarrer gegründet? Ja, und der hat am Anfang den Zirkus auch ganz alleine selbst geleitet, bis dann andere Mütter mit dazukamen. Also ich glaube, ich war die Erste, die mit dazukamen. Das war dann 1989. Und Sie leiten das jetzt hier? Inzwischen leite ich es. Seit wie vielen Jahren leiten Sie es? Seit 31 Jahren. Seit 31 Jahren. Und Sie leiten es auch? Also haben auch eine Gruppe? Ich bin bei einer Gruppe dabei, genau. Ich war damals auch ein Zirkuskind. Selber Zirkuskind hier schon? Ja, und habe dann auch mitgeleitet und dann 20 Jahre Pause gemacht. Und bin jetzt mit meinen Töchtern wieder mit eingestiegen. Ah ja, wie alt sind die? Neun und fünf. Neun und fünf. Und das war ja wahrscheinlich schon eine Besonderheit, dass es hier so einen Zirkus gibt für Kinder, oder? Sicher, sicher. Woher kommt diese Idee? Die hatte der Pfarrer, der hat sich damit beschäftigt gehabt, mit Behindertenpädagogik, so will ich weiß. Der war Heilpädagogin. Und da hat das Zirkusprojekt so ein bisschen entwickelt. Und es ist gleich gut angekommen, oder? Also gleich viele mitgemacht? Ja, da waren immer viele Mädchen dabei, weil das Angebot an Hobbys sehr gering war zu der Zeit. Und warum nur Mädchen? Wie kommt es dazu? Also anfänglich war es natürlich für alle Kinder. Und dann hat aber der Fußballverein dem Ganzen einfach ein bisschen Konkurrenz gemacht. Und dann waren nur noch wenige Jungs da und dann sind die Ganze ausgestiegen und dann ist es ein Mädchen-Zirkus geworden. Von dieser Attraktion in Astling zur nächsten. Und diese ist nicht nur ein Highlight für Kinder, die uns Helmut und Karl-Heinz beweisen. Und das ist jetzt so ein richtig echtes Stellwerk. Ja, das ist das Originalstellwerk. Das haben wir nachgebaut, wie es in Astling war, am alten Bahnhof. Die Hebel sind vom Bahnhof um, das Untergestell und der Fahrkartenschalter, das Fenster mit dem ganzen Ding da. Da hat meine Mutter unter dem Krieg schon, die war Dienstverpflicht, Fahrkarten verkauft. Na, das ist ja nett. Das ist alles Original. Und das heißt, wenn man jetzt hier einen Hebel zieht, dann passiert was. Wenn man den jetzt zieht, dann geht draußen das Signal auf und zu. Und die Weichen, das andere sind die Weichen, Signal und Weichen, oder? Genau, das sind die, die draußen sind. Und das heißt, wenn ihr hier einen, wie nennt ihr das, wenn ihr hier so einen Fahrtag habt, einmal im Monat, oder? Dann steht hier einer und der muss. Ein Mann von uns ist da herin und bedient dann die Weichen vom Gleis 1 aufs Gleis 2. Da werden die Züge gesplittet und zwar die Batteriezüge kommen ins Gleis 1 und die Dampfzüge ins Gleis 2. Wie viele Züge fahren dann gleichzeitig? Sechse, achte. Und wie viele Kinder passen dann da drauf? Auf einen Zug 10, 15 Kinder, 20 Kinder. Und da kommen wahrscheinlich ganz schön viele Leute. Ja, die stehen da an, da geht's zu. Das ist ein Mutzbetrieb. Und jetzt möchte ich noch eure Werkstatt unten sehen. Ja, da kommen wir runter. Da kommen wir runter. Ja, das ist ja unglaublich hier unten. Wer baut das hier? Ja, eine Eigenregie. Und wir kaufen auch zwei. Die Lok da hinten, das ist, das wird Eigenbau. Kompletter Eigenbau. Baureihe 50 wird das. Baureihe 50, das ist das Modell, oder wie? Das ist das Modell, das ist eine schwere Güterzuglock. Ui. Und da hinten ist das die Zeichnung an der Wand, oder wie? Das ist die 1 zu 1 Zeichnung, so groß wird die. Boah, aber da ist aber einer mal ein paar Stunden beschäftigt. Da hat man sehr viel Arbeit. Monate oder Jahre, weiß ich nicht. Ja, wir haben Teile zukaufen können und jetzt sind wir gerade am Kessel bauen. Das machen wir selber. Aber wie finanziert ihr das hier? Mit dem, was wir einnehmen. Aber es kostet ja keinen Eintritt oben, oder? Nein, Eintritt haben wir keinen. Nein, aber es kosten dann die Fahrten. Nur die Fahrten, die Fahrten halt und was es halt Essen und Trinken gibt. Ah ja, und dann könnt ihr euch das hier finanzieren, über die letzten über 10 Jahre, gell? Ja, genau. Also seid ihr richtige Profis jetzt hier im Eisenbahnbau? Ja, der zweite Vorstand, der Anderl, der ist in der Werkstatt herunten. Das ist unser Techniker da. Der ist schon Rentner und ist gelernter Maschinenbauer. Der richte ich immer her. Weil es ist meistens was zu machen. Es ist nach einem Fahrtag, da ist noch das wieder, dann geht das wieder nicht. Oder es muss ein neues Lager reingebaut werden und sowas. Das macht alles der Anderl. Also brauchen wir wirklich eine Leidenschaft dafür. Ja, ja, ja. Weil ihr das ja alle so nebenher macht, aus reiner Spaß, an der Freude, gell? Ja, genau. Ja, jetzt möchte ich noch schnell eine Runde fahren, oder? Gehen wir. Also obwohl Winterferien sind, fahren wir mit einer. Zwar nicht mit einer Dampflok, aber mit einer Batteriebetriebenen, oder? Nein, mit der Batteriebetriebenen. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Wenn auch Sie mal auf so einen Zug aufsteigen möchten, ab Ostermontag ist der Fahrtag in Assling wieder geöffnet. Und los ist hier dran.